Guten Tag, guten Tag! So, bevor es was gibt, gibt es heute Kulturprogramm. Wir sehen jetzt die eine Theatergruppe. Wer die andere Theatergruppe sehen möchte, da hoffen wir, dass ganz viele Leute am Sonntag zum Hochfest gehen. Und wenn dann die Arche in der Schule ist, dann spielt ihr das auch nochmal hier in der Schule für alle. Und danach sehen wir dann die Cajon-Gruppe. Und wenn alle durch sind, dann muss die Kochgruppe fix sein, weil dann müssen wir alles raustragen und auf die Zuständnisplatte stellen. Gut, ja, hallo allerseits, schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben wie ihr auch diese Projektwoche genutzt, weil wir ja die Theatergruppe sein sollen, die eine der beiden. Und haben ein Stück gemacht, was ein bisschen angeregt wurde durch einen sehr heißen Sommer, den wir alle hatten, oder? Und das ist natürlich toll mit dem Baden und dem Gesicht ist wunderbar. Aber, manche wissen das ja, wenn die Eltern in der Landwirtschaft arbeiten, der wenige Regen ist, fürchterlich, ne? Die Ernte ist kaputt und so weiter. Und das ist ein großes Problem für die Menschen früher gewesen. Weil die konnten nicht einfach zum Edeka gehen und dann, naja, dann kaufe ich meine Milch halt da, oder so, ne? Das war schwierig. Das war echt bedrohlich. Und so haben wir ein Stück ausgewählt, was in einer vergangenen Zeit spielt, wo das eben nicht möglich war, einfach zum Edeka zu fahren. Und das ist von einem Autor, der heißt Theodor Storm. Der lebt natürlich nicht mehr, aber hat viele schöne Sachen geschrieben. Und dieses Stück heißt die Regenthude. Die Regenthude. Und dabei wünschen wir uns allen jetzt viel Spaß. Die Truppe hat hier, wie ihr wisst, zwei Tage Zeit gehabt, um das auf die Beine zu stellen. Und wir versuchen, die ganze Geschichte zu erzählen. Und die Kinder haben alles selbst gebaut, die Szenen. Wir haben die Geschichte erzählt und dann haben sie das selbst entwickelt, was für Szenen man braucht, welchen Text man braucht, welcher überflüssig ist. Und das ist dabei rausgekommen. Viel Spaß! In dem Dorf, in dem unsere Geschichte spielt, herrscht eine große Dürre. Alle Brunnen sind versiegt, die Flüsse sind vertocknet und von Tag zu Tag verwursten mehr und mehr Schafe. Nur der reiche Wiesenbauer, der hat noch einen tieferen Brunnen, in dem immer noch Wasser ist. Aber er ist sehr reizig. Was wollt ihr hier? Wir bitten, um etwas zu trinken. Unser Brunnen ist quasi. Und unsere Schafe sind von fast einem verdorsten. Mäh, Wasser, Wasser, Mäh! Nein! Ach Vater, sei doch nicht so hartherzig. Die armen Tiere sind vergrüßt. Hab doch ein bisschen Mitleid. Na gut, aber nur ein bisschen. Oh nein, das ist viel zu wenig. Das reicht nicht für Arne. Schnell, schnell, schnell. Na gut. Aber nur unter einer Bedingung. Meine Tochter und andere dürfen nicht kalt werden. Ach, wenn wir doch nur die Regentrude wecken könnten. Die Regentrude? An die eine Geschichte glaubt doch egal keiner mehr. Also wir glauben an die Geschichte. Meine Oma hat sie nicht schon mal aufgeweckt. Püft, wenn ihr das morgen Abend schafft, dann kann von mir meine Tochter anderes heiraten. Oh je, wie sollen wir das nur schaffen? Wir werden es schon schaffen. Komm, komm, komm. Warte, ihr müsst es schaffen. Viel Glück. Warte. 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 Nach diesem Vorfall ist von der Stine mit ihrer Tochter Jolanda nach Hause gegangen, um ihre täglichen Pflichten zu tun. Was machst du denn hier? Du hast doch gesagt, dass deine Oma eine Regentrude erweckt hat. Ja, das stimmt. Aber wieso interessierst du dich so dafür? Mein Vater hat doch gesagt, wenn es bis morgen Abend nicht regnet, können andere von ich nicht heiraten. Wir lieben diese Pflichten. Ja, aber dafür braucht man einen besonderen Spruch. Und man muss wissen, wo sie ist. Aber euch muss der Spruch dringend einfallen. Hm, lass mich mal überlegen. Hm, wie ging denn der Spruch? Dunst ist die Quelle, nein, Welle. Dann Staub. Staub ist die Quelle. Ja, so war der Anfang aber. Mehr fällt mir auch nicht ein. Gut, aber gut. Wir? Nö. 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 Komm, 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 komm. Komm, lass vorn. Komm, ansässig. Ansässig. Du weißt genau, dass sie hier nicht erlaubt. Ja, schon. Aber du kannst es dir einfach nicht verbieten. Wir lieben dich doch. Du bist so ein herzlöser Mensch. Komm, wenn sie sich morgen Abend nicht legen, dann schaum sie halt mal Pest gehabt. Und abgemacht ist es abgemacht. Hm. Hä? Am nächsten Tag ist Andres mit seiner Schwester Jolanda aufs Feld gegangen. Um den Tieren das Fußwasser vom Wiesenbauern zu bringen. Hast du das gehört? Wie schön trocken alles hier ist. Und wie schön heiß es hier ist. Und wie gut, dass keiner weiß, wie man die Regenfrude mit dem Spruch auswecken kann. Und wie gut, dass niemand weiß, dass die Regenfrude in der alten Weide wohnt. Ha, 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 ha. Dunst ist die Welle. Staub ist die Quelle. Stumm sind die Wälder. Feuermann tanzet über die Felder. Nimm dich in Acht. Geh, du erwachst. Hol dich die Mutter. Heim in die Nacht. Ha, 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 ha. I, Wasser, weg. Was war das? Diese blöden Spinner haben das Wasser ausgekippt. Ha, 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 ha Das haben die Freundschaft uns auch gesagt. Sie wohnt in der alten Weide. Na dann nichts. Wie los? Hier, lange, hier. Lasst euch nicht beeinflussen. Nach links. Nein. Nach links. Über den Fluss. Oh nein, nein. Oh nein. Ach, wie gellte Beine. Da ist die Rechbude. Jetzt müssen wir den Spruch sagen. Dunst ist die Welle. Staub ist die Quelle. Stumm sind die Wälder. Feuermann tanzet über die Felder. Nimm dich in Acht. Ehe du da wachst. Hol dich die Mutter. Heim in die Nacht. Habe echt aber lange geschlafen. Aber wie sieht das denn hier aus? Alles ist vertrocknet und verdürft. Wir brauchen deine Hilfe. Wenn es bis heute Abend nicht regnet, sind Andres und ich nicht heiraten. Bis heute Abend? Nun, da müsst ihr mir aber alle helfen. Was müssen wir denn machen? Wir müssen den Spruch noch einmal singen. Das schaffen wir. Musik Stumm ist die Welle. Staub ist die Quelle. Stumm sind die Wälder. Feuermann tanzet über die Felder. Nimm dich in Acht. Ehe du da wachst. Hol dich die Mutter. Heim in die Nacht. Nimm dich in Acht. Ehe du da wachst. Hol dich die Mutter. Heim in die Nacht. Es regnet. Ich bin ein Acht. Hehehe. 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 Ach, dann müssen wir eben Umschulen zu Wasser teufeln. Ja toll, dann muss ich mir an meine Spitzen blau pferden. Hehehe. 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 Hehehe.